Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 24.900 US-Dollar. Wir bewegen uns weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau. USA hatte gestern zu, hat somit keine wirklichen Impulse gebracht. Ihr seht hier schön die Seitwärtsphase. Trotzdem steigen die Chancen, auch wenn ich gestern im Video gesagt habe, die Chance ist größer, dass es dampft. Bisher halten wir uns verdammt gut. Und umso länger wir uns hier oben halten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Breakout. Doch genau das werden wir uns das heutige Video jetzt erst einmal anschauen. Doch bevor wir starten, wie immer gerne ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Und ja, wenn ihr Bock habt auf Talk bzw. ein paar Signale, kommt da gerne rein. Link unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich auch sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan 24.940 US-Dollar. Wir konsolidieren hier oben sehr, sehr schön in diesem Art, ich sage jetzt mal, Ascending Triangle. Gut, wir können das oben ein bisschen hier als Box machen, anstatt als, sage ich mal, Linie. Dann sehen wir, dass wir hier oben immer wieder rejected werden. Trotzdem ist das bullische Momentum weiterhin auf unserer Seite. Ich habe zwar gestern gesagt, okay, dieser Wick hier wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn wir uns den noch holen. Bin ich auch, ich bin ganz ehrlich immer noch davon überzeugt, früher oder später werden wir uns dieses Ding auch noch holen. Ich sehe auch noch die 20.000 oder 19.000. Ich werde davon erst einmal nicht abweichen. Die Frage ist nur, wann es passiert. Das kann dir kein Schwein natürlich sagen. Aber bevor ich wieder manche Kommentare lesen muss und nur, weil ich sage, es dammt, dass wir nach oben ballern. Ja, sorry, 100%ig Recht werde ich niemals haben. Man geht hier einfach nach Wahrscheinlichkeiten. Also gut, das nur mal so von meiner Seite aus, aber trotzdem momentan Trend hält. Wir haben kein Lower Low. Wir versuchen aber auch hier die ganze Zeit immer wieder ein Higher High zumindest zu erreichen. Wir werden aber hier immer wieder rejected. Trotzdem, hier oben staut sich eine Menge Short-Volumen an. Wir hatten ein Wig, zwei, drei, vier, fünf Wigs mittlerweile hier oben. Das heißt, hier oben ist eine Menge Short-Liquidität. Und die Chance, sobald wir hier, dass wir durch die 25.200 US-Dollar kommen und dann auch noch ein 4-Stunden-Closter drüber kriegen, ist sehr, sehr hoch. Und dann, dass wir locker Richtung 26.600 US-Dollar hochgehen. Und hier oben haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Gehen wir mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, damit wisst ihr, was ich meine. Hier oben wartet dann unser Golden Pocket von diesem gesamten Abverkauf, beziehungsweise von dem Abverkauf bis zu unserem Low, wartet hier oben das Golden Pocket bei 26.600 US-Dollar. Ob das dann wirklich hier Ende ist, wage ich ganz ehrlich zu bezweifeln, weil wir hier, wie gesagt, wir haben es schon öfter angesprochen, hier gar keinen Widerstand mehr haben. Wir könnten locker bis 28.500 oder 28.800 US-Dollar locker durchballern. Und deswegen lasse ich auch die andere Long-Position noch offen, beziehungsweise überlege sogar, ob ich diese wieder vergrößere. Ich meine, wir haben hier einen Entry von, ich glaube, 21.400, 21.500 oder sowas. Ist nicht verkehrt. Also warum nicht das Risiko ein bisschen erhöhen, zumindest hier, dass man Stop-Loss unter das Golden Pocket hier drunter legt, was wir momentan liegen haben. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, dass wir hier kurzfristig reinkommen. Und zumindest die Position wieder auf 50% oder sowas vergrößert. Das ist momentan so ein bisschen die Überlegung, weil ich momentan, im Gegensatz zum gestrigen Tag, aber da habe ich irgendwie auch vercheckt USA zu, auch wenn ich es früh gesagt habe, dass ich heute zumindest von steigenden Kursen ausgehend mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass wir die 25.2 sehr, sehr schnell durchbrechen könnten. Wie gesagt, USA hat wieder offen. Morgen Abend sind dann diese FOMC-Meetings, das heißt, die Protokolle werden wieder veröffentlicht. Da könnte dann wieder ein bisschen entweder negative Stimmung kommen, weil wir wissen ja, okay, Pole gefällt der Arbeitsmarkt nicht. Pole gefällt eigentlich gar nichts. Muss man auch ganz ehrlich sagen, Pole gefällt einfach ein Scheißdreck. Einfach gar nichts. Und ich kann ihn da verstehen. Man erhöht hier Zinsen auf 5% und es tut sich einfach nichts, bis auf die Inflation und die Leute juckt es nicht. Aber das ist halt immer nur das, was man ein bisschen offensichtlich sieht. Wir haben auch schon öfters in der Gruppe ein paar so Sachen gelesen mit USA-Kredite und so und Kreditkarten. Zinsen sind exorbitant hoch. Ja, es stimmt. Und das ist einfach so dieses nächste Ding, was so weitreichende Folgen haben könnte, wenn die Zinsen weiter erhöht werden. Und das sind so ein bisschen Sachen, die sollte man im Hinterkopf behalten. Das Pole jetzt hier nicht auf 9 oder 10%. Klar, natürlich kann er hoch, aber damit erhaltet die ganze Wirtschaft. Also muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist jetzt nur so meine Meinung, aber das könnte morgen nochmal ein bisschen Bewegung reinbringen. Trotzdem, wir sind in einem Abtrend, wir bilden höhere Tiefs, wir bilden nur noch keine höheren Hochs. Aber das ist normal in so einer, sage ich mal, kleinen Seitwärtsbewegung bzw. in so einem kleinen Abwärtstrend oder Ascending Triangle. Und das behalten wir jetzt mal im Blick. Das sehe ich auch momentan weiterhin als wichtigstes Szenario. Sobald wir hier oben durchbrechen, könnte es sehr, sehr schnell zumindest Richtung 26,6 gehen. Sehe ich so als Maximum momentan. Brechen wir hier oben ohne Probleme durch und mit sehr, sehr viel Volumen sehe ich auch die 28,8 da oben. Ist für mich immer noch dieser Point of Make or Break, Decision Point. Kriegen wir die 32 ohne Probleme raus, dann freie Fahrt. Dann werden sich viele wahrscheinlich in den Arsch beißen, werden wir hier oben rejected. Könnte diese 20, 30% Korrektur drohen. Und das wäre nicht mal verkehrt, das wäre einfach ein gesundes Retracement. Gut, ja, das ist jetzt erstmal dazu. Wie gesagt, die Longposition läuft noch. Ich werde hier überlegen, ob ich sogar nochmal eine kleine aufmache. Wir haben hier nämlich noch so eine kleine, schöne Einstunden-Demandzone mit diesem kleinen Vektor, was wir hier unten noch liegen haben, könnte dafür deuten, dass wir nochmal kurz runtergehen. Hier in diesem Bereich so ein kurzes Fake-Out sehen und dann den Run nach oben starten. Also eventuell gibt es hier noch einen zweiten Long-Trade für uns. Gut, dann rüber zu Ethereum. Hier habe ich es gestern schon in der Gruppe gesagt. Ich könnte mir wieder sowas von verdammt in den Arsch beißen. Ich habe gestern noch gesagt, ja, okay, wir sollten hier nicht am Golden Pocket, ich sage ich mal, Short gehen. Lohnt sich nicht, am Golden Pocket Short zu gehen. Einerseits, weil Bitcoin zu viel Up-Move hat, haben wir darüber gesprochen. Deswegen habe ich gesagt, okay, 0,786er hier oben, der Bereich, würde sich sehr, sehr gut anbieten. Man sieht hier schön das Setup mit 1,14, habe ich gestern wunderschön gesagt. Wir sind nach unten hingedammt. Also erster Take-Profit wäre jetzt sowieso hier unten gewesen. Den hätte er erreicht. Jetzt wäre er wahrscheinlich ausgestoppt worden. Aber ich könnte mir sowas von in den Arsch beißen wieder. Aber gut, wir warten jetzt hier einfach mal ein bisschen ab. Wir haben jetzt natürlich auch hier einen schönen Schatten hinterlassen. Den haben wir auch hier unten noch. Ansonsten ist aber der Trend auch hier meines Erachtens nach noch intakt. Wir bilden keine Lower Lows. Wir sind hier weiterhin bei Higher Lows unterwegs. Mal abgesehen von diesem Wig hier drüben. Also auch hier gibt es momentan erst einmal nichts Bearishes. Trotzdem, diesen Wig könnten wir mal ein bisschen im Auge behalten. Wir machen mal ganz kurz dieses kleine Golden Pocket hier mal noch weg. Ziehen uns trotzdem mal so ein bisschen von hier, von unserem Low zu unserem High. Da seht ihr auch, okay, das 0,5er liegt hier bei den 1.685. Wäre für mich vielleicht doch mal so eine kleine Möglichkeit, zumindest eine kleine Long-Position bei Ethereum aufzumachen. Und dann mit ersten Take-Profit hier oben 1.726. Zweiter bei 1.742. Einfach um die Highs hier nochmal ein bisschen abzufischen. Vom Stop-Loss her würde ich auf jeden Fall unter das Golden Pocket gehen. Vielleicht noch unter diesen Order-Block, diesen 1-Stunden-Order-Block, den wir hier haben. Das heißt auch hier wieder 1% Risk. Ich sehe mich schon morgen, ich poste dieses Setup wieder nicht. Für die Leute, die das Video sehen, herzlichen Glückwunsch, nicht Spaß. Aber das ist jetzt so momentan zumindest das Setup, was ich hier ein bisschen sehe mit 1,09%. Risk absolut machbar. Kurzes Fake-Out, haben wir ja gerade bei Bitcoin gesehen, wäre im Bereich des Möglichen, um, sage ich mal, das Void nochmal zu füllen, beziehungsweise die Vektoren. Und dann hier unten sich die Liquidität zu holen, um dann den Up-Move zu starten. Gut, das war es dann auch für Ethereum. Wie gesagt, gibt momentan nicht so viel. Dann noch ganz kurz zu den IOTA-News, da tut sich auch mal wieder was. Steht IOTA mit Schimmer kurz vor einer Kurs-Explosion durch die Dezentralität? Ja, es tut sich langsam immer mehr was bei Schimmer, bei, ich sage jetzt mal, bei diesem Testnet. Kann man ja auch mittlerweile selber kaufen, Schimmer. Ich bin ja auch wieder in IOTA investiert, haben wir ja damals besprochen. Wir können mal ganz kurz auf den Chart gucken. Wo sind wir denn hier reingegangen? Wo war denn die Box? Ich glaube, hier unten irgendwo bei, ich glaube, 16 Dollar habe ich damals, glaube ich, 0,16 US-Dollar Cent, habe ich, glaube ich, damals das Video gemacht, habe gesagt, okay, ich steige ein. Und seitdem sind wir hier schon fast bei 1x. Trotzdem hat die IOTA noch eine Menge, Menge aufzuholen. Aber ihr seht, es tut sich weiterhin was, zumindest bei Schimmer. Lest euch den Artikel gerne durch. Link müsste, glaube ich, schon in der Telegram-Gruppe drin sein. Ansonsten schaut bei CryptoGuru vorbei. Dann war es das von meiner Seite. Wie gesagt, später habe ich es gestern schon in der Telegram-Gruppe angekündigt. Kann ich euch nochmal ganz kurz zeichnen. Denn heute gibt es dann ein Pre-Sale- bzw. Seat-Sale-Video auf meinem Kanal. Könnt ihr euch darauf freuen. Und ich denke, das wird heute Nachmittag dann online können. Schneid ist noch fertig. Und ja, freut ihr euch drauf. Und dann würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Hoffen wir auf bullische Kurse, auf einen bullischen Tag. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.